so leute da sind wir wieder ja oder beziehungsweise ich werde mich jetzt auf die suche machen nach dem fehlenden zeug weil wir ja ein paar hütten bauen müssen das heißt schild brauche ich und das war das war auch irgendwas vom hirsch der spiel oder sowas ja ja aber ich schild muss ja wenn dann am wasser sein macht ja sie das ist manchmal was drin in der einfolge habe ich das ding noch vom baum geholt und ist es doch kilometerweit durch die gegend ja was schildkröten kann man die auch platt machen die diese sind die komputiert zu sagen ja zumindest nicht mit dem bogen auf dem panzer schicken ja schön geht sollte schon fast reichen dort ist eine fährte soll das sein glaube ich ja dann gucken ja und ab der stört wir brauchen ja euer papa nicht jeder sind sieben ach was ich hab da was gesehen das weiße jedes mal weiß ich nicht aber das zieht auf jeden fall diese spur hinter sich voll verkackt nein scheiße steuerung nicht im griff ich glaube nicht dass das weiß drin gut ach ja den haben wir uns auf eigenen ich glaube ich mal gucken na mal gucken ich schichte so ganz schön schnell das überlebt nach ist es da zu langsam dreckviel hat der verstellung frisst fleisch auch wenn er vorab und keine ahnung machen am anderen weisen hier den hof genau wo ist es denn natürlich kann man zurecht gleich wieder finden schickt dann gleich mal schickt dann wenn man wolf drauf ja ich wollte ihn erst ja ja nix wolf du bist auch weiß ja also das viel schnell da kommt ja selbst mein wolf nicht hinterher es bleibt sogar mal stehen jetzt das wird jetzt voll nervig ich glaube es war nicht so schlafen ich glaube ich auch nicht kann sie den zurückfall ja dann holen doch zurück nein aus prinzip genau ja ich höre was komische geräute ja hat ihn ja kann sie den teil machen weiß ich noch nicht mal gucken wo ist es denn jetzt wo ist es denn jetzt wo ist es denn jetzt da ist es so zerlegt dass es nichts mehr anfangen ich kann nicht dass man so viel streich einheiten verbindet sich jetzt hier weg der steht mir vor dem weg hau ab jetzt schieb ab so hin aber sagen wie kann sie gar nichts machen mit dem ding wie schlecht ist es denn eine stunde aufwand für nix super halb quer durch den waldkrank ja ja was soll ich denn da machen weiß ich nicht das ist der so jetzt mal ihren wegpunkt setzen um quasi material zu suchen wieder in den duckel darunter rutscht das mit dem schreibt und daran er wurde ihr hier steht der letzte einfangen müssen genau zähmen und dann er hat er weiß was er damit getan das wollen wir noch nicht erstellt hier stehen hier stehen hier stehen hier stehen und schief glaube ich auch noch voll noch mehr ja ich weiß nicht mal mitnehmen das geht da muss doch auch einer leben da brennt doch feuer ich meine das brennt ja nicht ohne grund wo bist du die mehr desto besser ich frage mich nur der muss ein riesen rucksack das war eine ziege bin im kreis ach man die ganzen ziegen ja immer ja keine ahnung voll verkackt alle zu schnell der hat ja sie ist der also gleich erwischt ja den kriege ich jetzt ich brauche glaube ich nur eine von dem ja was sind denn die so schnell oder ist mein wolf so langsam jetzt ist er verletzt das heißt der freut ja nochmal kann sie ja nur noch um minuten haben bis ich den eingeholt habe das wasser gelb ist auch noch einigen da haben wie überhaupt einer ja 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 doch 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 du weißt du nicht was das war doch du bist du ja mal was glauben ja blau blumen das sind die übersetzung von dem spiel hat sich wahrscheinlich ganz einfach gemacht ja 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 ich nehme ich glaube ich vielleicht finde ich noch unterwegs noch mal so ein hütten bauen für den hütten bauen oder mehrere hütten das machen wir jetzt nachdem ich da quasi fertig bin die einsame ich ja ja scheiß ziege ja das stimmt allerdings und mich und keine ahnung das ist weiß nicht das ist das ist allerdings ja wir brauchen alles wir sammeln auch mal alles nach schon wieder vergangen falsche aber ihr habt wir sind eingesammelt so ich glaube ich könnte dann auch nicht mehr zurück klatschen springende oh oh ich glaube wenn man darunter einfach so ist man naja klar kriegt das in einfach ein kleines über stecken der das eigentlich alles hier kann ich da jetzt was herstellen ich verwechsel das immer da kann man was herstellen und in dem anderen kann es aber glaube ich auch ja muss verbessern gibt es direkt ins maul mit der folge ich habe ich genug eine rote blume also weh mal wirklich extrem langweilig ist der kann ja farmen und hier das zeug sein ob da ist ja schon wieder irgend so eine stink ding du bist wie ich da so wie ich es machen wisst was man mit dem scheiß machen kann hab da nicht mehr bock wieder die ganze zeit da hinterher zu rennen weil ich dann nix das krieg der rennt ja schon mit dieser was mit dem grund haben wenn sie ja sichtbar ist alles macht ja sinn zweck das war aber nett das ist immer niemand unterschreiben ja der da schon weiß weil ich hab dann ich hab ja ehrlich gesagt kein bock da nicht das ist weiter an die nie an wenn er nicht schon weiß ja kein grund bei uns zu gucken ach doch wir sind so toll sind ja sowieso aber wie gesagt wenn euch unsere let's plays gefallen und gameplays wie auch immer dann dürfte es auch gerne teilen und vor allem kommentieren hilft uns ungemein ja genau können sie auch über diesen quatschen und gucken wenn wir sie vertrafen das ist eine blumen blaue ja ja ich kann nicht da nicht da nee ich könnte wahrscheinlich noch nicht mal den kopf unter was halten ist das schief schief oder schief stein ja er ist gepackt bei mehr als 40 tonner ja 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 irgendwie schon ja gegen den fels laufen das macht keinen sinn genauer war schon wieder feuer habe ich es mitgenommen geht jedes ist der schamane ja ja so jetzt gehen wir mal gucken gehen wir mal gucken jetzt bin ich mit dem passen ja da wo er das angezeigt hat bei der tüsen ja ich schaff 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 mal gucken was geht ja du hast ja schon so ein zeug stehen für die die ne das war ja das heißt ich anbieten kann ja so na dann so jetzt mache ich noch dem seine drogenhütte davon da könnte man eine brücke in bauern da müssen wir eben über die scheiß steine hüpfen ich muss ja unterwegs sein den scheiß sammeln so und nun habe ich das geschafft jetzt kann ich vielleicht noch mal jeder große menge das ist eine aufgabe die macht man glaube wenn sie nebenbei die ja das war ja in dem machen also schatz hier ist ja nicht zählen weil dieses blöde weise dienst war macht nicht ganz wahr da ist ja doch die brücke haben sie jetzt doch in die setzen du hast du nicht gesehen nein blinderwurf so ja da braucht man ein paar siehst du brauchst sogar eine bevölkerung von 40 das funktioniert so nicht wir lösen jetzt die schnelle oh ja doch die muster da sein ja dass man fleisch einsammeln kann man immer so gebrauchen achso ne da gibt es ja noch eine höhle da drin stimmt da war ja noch was na was kann ich da machen super da brauche ich noch einen schiefer hat der maul na wo sind die ah die hockt da hinten drin macht sie denn da teuer jetzt quatscht sie uns erstmal voll die regeln ja nicht mal richtig die regeln ja nicht mal richtig die du du hier du 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 Na, das ist aber nett. Sie macht mehr, ja. Oh. Sie sieht schon ein bisschen psycho oft aus. Ja, das stimmt. Ja, Pigmentstörungen im Gesicht, das Gefühl. Jede Menge. So. Das sieht man ja dann. Ah, der nächste Tag. Der nächste Tag. Wie schön. Haben auch schön geschlafen. Hast du auch alleine geschlafen? Na, ich hoffe es. Ich habe hier den Kohlschutz ausgeübt. Ich glaube, es ist der Tag. So. Jetzt mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da ja was drin, was ich bräuchte Schiefer. Tierfett, da habe ich ja genug. Voller stein und alles. Das nächste ist auch voll. Ich bin ja im Schwarm. Psst. Reulet. Ich traue auch nicht. Fleisch habe ich voll. Ah, voll. Da ist der Schiefer. Brauchst du gar nur eins. Dann nehme ich das. Ansonst habe ich noch nichts. Dann kann ich ja das Ding gleich direkt bauen. So, und das wird jetzt gebaut. Nee. Ich gehe einfach da, fangt schon ab. Ja. Erwiegen, ne? Aber ich würde sagen, du darfst dich gleich darum kümmern, weil die haben ja gesagt, dass gleich die Bösen kommen. Die Bösen, das ist ja nicht der Machen. Ja, das darfst du nicht genau. Friedliebender Netta. Ja, trotzdem. Du kannst deine Aggression da einfach mal rauslassen. Dann machen wir hier mal Feierfluss. Okay. Und dann spielt der Heinz gleich weiter. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschau, tschau.